Jetzt kommen wir zu einem interessanten Thema. Senioren am Steuer, das wird teuer. Wir alle kennen ja solche und auch andere Sprüche, die gemein sind und voller Vorurteile. Dennoch will die EU die Regeln für Führerscheininhaber ab 70 Jahren verschärfen. Die Debatte darüber läuft seit Monaten. Und doch in diesem Jahr soll konkret entschieden werden. Doch was denken Sie über das Fahren im Alter? Ein tödlicher Zusammenstoß auf der A38. Verursacht von einem 80-jährigen Falschfahrer. Es sind solche Bilder, die immer wieder für ein Aufflammen der Debatte um das Fahren im Alter sorgt. Auch Ulrich Willenbring aus Bad Blankenburg macht sich darüber Gedanken. Obwohl er noch sicher mit dem Auto unterwegs ist, lässt er sein Können von einem Fahrlehrer überprüfen. Verkehrsexperten wie Andreas Kessler wünschten sich, dass mehr ältere Menschen so etwas machen. Fahrtauglichkeitsprüfungen sind nicht verpflichtend in Deutschland. Was man machen kann, man kann einen Fahrlehrer bitten, doch mal eine Runde mitzufahren. Dann fährt man mal eine Stunde mit einem Fahrlehrer und lässt den, der ja neutral ist, der ist ja Dritter sozusagen, beurteilen, wie fahre ich denn eigentlich. Denn die Sicherheit im Straßenverkehr ist wichtiger als die Freiheit des Einzelnen. In einer nicht repräsentativen Umfrage von MDR Fragt wollten wir wissen, wie sie das sehen. 60% der Teilnehmer sind der Meinung, dass Verkehrssicherheit wichtiger ist als Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. 32% sehen das anders. Im Jahr 2022 waren in über 68% der Fälle über 65-Jährige Hauptverursacher eines Unfalls. Bei den über 75-Jährigen waren es sogar über 76%. Deutliche Zahlen. Aber wie empfindet das die MDR Fragt-Gemeinschaft? Sind ältere Autofahrer wirklich ein Verkehrsrisiko? In allen mitteldeutschen Ländern sagt die Mehrheit nein. Ein Vorschlag, der auch oft diskutiert wird, Ärzte sollten ältere, fahruntaugliche Personen der Polizei melden. Das sehen viele kritisch. Ich glaube, Selbstbestimmung ist das Entscheidende. Ich finde es korrekt, weil es leider doch manchmal so ist, dass die Senioren es im Alter nicht mehr so einschätzen oder wahrhaben wollen, dass es nicht mehr so ganz funktioniert. Da bin ich strikt dagegen, weil die Ärzte eigentlich nicht dafür zuständig sind. Das sind doch keine Polizisten. Eigentlich ist es ja ein Einschnitt in die Privatsphäre. Aber wenn ich fahre und ich sehe alte Leute, wie sie fahren, dann wünschte ich mir, es würde jemanden geben, der das weitergibt, dass sie kontrolliert werden. Weil es einfach ganz schrecklich ist. Auch wenn ich mal älter wäre, das ist eben so. Fest steht, die EU will 2024 die Regeln für den Führerschein reformieren. Besonders für Führerscheininhaber ab 70 Jahren sollen Änderungen kommen. Noch ist nichts entschieden. Doch gerade in Deutschland regt sich großer Widerstand gegen die geplanten neuen Regeln. Die Debatte ums Fahren im Alter geht also munter weiter. Zumindest so lange, bis es klare, neue Regeln gibt. Das Thema beschäftigt ja irgendwie wohl jeden. Deshalb fragen wir noch mal nach. Und zwar dort, wo man sich mit Fragen und Antworten genauer auskennt. Bei Claudia Reiser aus der MDR Fragt-Redaktion. Claudia, grüß dich. Hallo. Wie viele Mitglieder haben denn mitgemacht aus der MDR Fragt-Community bei dieser Befragung? Na, an der Befragung, da haben sich mehr als 28.000 Teilnehmer beteiligt aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist doch eine relativ hohe Teilnehmerzahl, leicht überdurchschnittlich. Also es ist ein Thema, das bewegt die Menschen, fasst sie doch emotional an. Na klar, weil entweder haben die Menschen ja selber einen Führerschein und sind schon über 70 und wollen ihn auch behalten. Andere haben natürlich Angehörige, die sich Sorgen machen. Oder wie auch immer. Jeden betrifft es irgendwie, also zumindest ganz, ganz viele Menschen. So, aber ihr wolltet nicht nur wissen, was die MDR Fragt-Community sagt zum Thema Fahren im Alter, sondern auch generell Verkehrssicherheit war ein wichtiges Thema. Es war auch die Frage, ob es Erste-Hilfe-Auffrischungskurse geben sollte, und zwar für alle, die einen Führerschein haben, nicht nur für die Älteren. Genau, also bislang ist es ja bekanntermaßen so, man muss den einmal beim Führerschein verpflichtend machen und dann theoretisch nie wieder. Und bei ganz vielen ist es offenbar auch so, dass die dann nie wieder einen Auffrischungskurs machen. Und das finden die Teilnehmer mehrheitlich nicht gut. Können wir mal auf die Zahlen schauen. Und zwar sagen nämlich 72 Prozent, also fast drei Viertel, dass sie es gut fänden, wenn solche Auffrischungskurse verpflichtend wären. 24 Prozent fänden das nicht gut. In welchem Turnus das dann passieren müsste, also wie häufig diese Auffrischungskurse stattfinden sollten, das müsste man dann natürlich definieren. Aber an sich fänden es die Leute gut. Ein Teilnehmer aus dem Erzgebirgskreis hat zum Beispiel geschrieben, Ich habe schon zweimal Auffrischungskurse mitgemacht, freiwillig, und dabei gemerkt, wie viele Fertigkeiten man schlicht vergessen hat oder sich auch manche Erste-Hilfe-Techniken gegenüber früher geändert haben. Ja. Also das ist seine eigene Erfahrung. Schaden könnte es nicht. Das, glaube ich, da könnten wir uns alle mit verständigen auf diese Aussage. Und was auch noch wichtig war, Andreas Kessler hat es im Film gerade schon angesprochen, ob es vielleicht so verpflichtende Testfahrten mit einem Fahrlehrer geben sollte. Also im Prinzip, dass so diese Verkehrssicherheit gestützt wird, indem man einfach nochmal so Auffrischungskurse in der Praxis macht. Genau. Also wir wollten generell wissen, welche Maßnahmen denn die Teilnehmer befürworten würden. Auch da können wir nochmal auf die Zahlen schauen. Und zwar wären 57 Prozent dafür, dass es verpflichtend regelmäßige Gesundheitschecks generell geben sollte. beim Thema begleitete Testfahrten, die zur Pflicht zu machen, da sind die Teilnehmer eher gespalten. Und nur eine knappe Minderheit, also 46 Prozent, fänden solche begleiteten Testfahrten als Pflicht gut. Wobei man dazu sagen muss, wir wollten dann auch wissen, ob die Teilnehmer denn freiwillig solche Testfahrten machen würden, wenn sie so das Gefühl haben, ah, eventuell passt das nicht mehr so ganz. Und da sagen rund zwei Drittel angeblich, sie würden das freiwillig machen. Okay, naja, vielleicht um sich selbst auch mal ein bisschen selber besser einschätzen zu können. Aber da hat man ja gesehen, auch an den Beteiligungen, an den Ergebnissen, was das für ein doch sehr, sehr spannendes Thema ist und viele Leute bewegt. Claudia, vielen, vielen Dank. Und bis demnächst mal wieder. Auf jeden Fall.